WTF? Es gibt immer wieder ein Mitleidsmat, Alter! Hi Leute und willkommen zu Ende. Ja, ich meine, nee. hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Master Baldas nach 10 Jahren mal wieder hier wir müssen einen Löwen bauen mit den Friendlets und den Todex die sind auch noch dabei so das reicht auch wieder was brauchen wir denn hier von dem Löwen? äh Orange so es gibt es hier eine Schweine Chankertz baut seinen Löwen Orange oh mein Gott da war das? da war das? nö das darf das nicht nein das darf das nicht wir sind alle noch das nicht mehr aufnehmen gewöhnt und reden alle bayerisch weil wir nicht aus Bayern kommen wir kommen aus Berlin ja ja gut ja wir machen jetzt ein mit der Aufnahme mit nur M okay okay das brauche ich ja 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 gut das ja gut kann man machen aber muss man ja nicht gehen ähm so wird darf das? wo ich mein Gelb hin? Chankertz baut mit gelber Farbe ienza die werden ja nun H 5 ja bei mir nichts anders also v connex um will schon immer ein Video hochladen schafft aber nie weil er das wenn er sich das ist einfach zu sch verdammt dann wer für ihn weil das ich meine so ein Video hochzuladen zu schneiden das ist wirklich schwer Leute wir können kann ich aber nicht böse sein weil es ist so mega verdammt schwer ist einfach zu ungut um das zu machen weil es ist richtig schwer Leute das müsst ihr wissen das müsst ihr wissen das sieht scheiß aus ich fühle mich gedisst man solltet du auch jetzt wollen wir halt nicht hier so böse sein das ist doch ganz böse was der Flandista gesagt hat Todex ist hier einfach ich will das eigentlich ganz nett nix sagen ich bin mir zu weit und sagst du nix sagen das werde gemobbt ne lasst mich in Ruhe halt stopp jetzt und dann so schon ist auch ein Jahr aufgehender oi tschosch das schaffe ich nicht ok meiner sieht irgendwie hässlich aus meiner ist noch gar nicht fertig ja meiner auch noch nicht aber ach du meiner ist der beste auf der Welt naja ich weiß nicht ob meiner gut wird ich bin noch dran überlegen ok ok was hä was für was war das äh mein Löwe sieht ein bisschen komisch aus alles klar äh äh so ist besser ich bin sehr ja das weinen set for me please so noch ein bisschen das dürfte reichen dann dann wieder so hat äh hat ein Löwe ne männer ja äh ich muss mich so konzentrieren ne man merkt ja wir sind hier die vorbildlichen wir reden wenigstens was nur noch zwei 30 Sekunden was alter und toll jetzt muss ich doch nochmal äh jetzt schreibt mich auch noch der einen Typ an ihr wisst das bestimmt also ihr nicht aber die anderen also die wird mir mit gerade reden so scheiße ich werde nicht fertig wollte ich nicht sagen mein Gott ey ja mhm das schaut jetzt nicht so geil aus na toll ja gut Alter hab ich schon gesagt der Löwe ist toll mein Löwe ne doch so hab ich ihn jetzt hehehe 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 ok also ich geb jetzt mal ein also Bleeding und zweitens mal ein ähm das Faxgerät das ähm um ausdrucken ok Todex kriegt erst mal Fax an äh hehehe ne oh der ist ganz geil der ist echt hehehe ich find den amazing mann der ist echt naja das bekommt von mir ein ähm ein gut ein gut nein ich find den nicht so geil amazing ist bei mir schon drin also uuhh so ein Zufall na gut hinten ist noch ein bisschen scheiße geworden ja aber trotzdem war doch naja oh der ist aber auch ja total das ist so das ist ja das ist ja das schwierige am kleinbauen ist das hier von dir zu bauen ne das ist gut das ist echt gut es ist wahrscheinlich ja Todex äh ja ich hab's gewusst aber es ist wirklich schwer Todex woher wusste denn das ähm und selbstwachsgerät ah ist klar japan scheiße ähm willst du mich verarschen bist du jetzt hast des tisch ja nur weil ich aber japaner bin das sieht aus wie ne sonnenblume äh 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 es ist ok es ist ein bisschen langweilig ist hier alles aus Wolle und ein bisschen ist das freundlich sein oder äh mitleid ja mitleid ist gut ja man äh mitleid ist gut wenigstens äh also wenn ich jetzt mal sagen würde das sieht eher mehrere aus wie ein Dinosaurier ne ne scheiße ne mich überhaupt auf ne ne mich auch ne ne alter ich nehm gar doch ich nehm auf äh 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 ja gut das ist ein kleiner Schwanz ähm erst mal reporten hier schwarzer Pimmel halt ich ja dann mach ich auch dann ja dann der ist rassistisch erstens und zweitens ist das ein unangemissene und warum hab ich keine Optifine-Camp und kein Ding gerade auch lol äh was ist das ich find's mehr man meine Augen blut hä bei mir hast du auch keine Optifine-Camp an äh 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 gut ähm ne also ich würd man schwer behaupten die Augen sind schön ne weil die Haare von mir abgeguckt nur er hat's mit Roller und ich mit Quarz aber der Rest ist nicht die Haare von mir abgeguckt gar nicht wahr die Haare von mir abgeguckt nein 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 oh der ist nein das ist nicht korrekt ok alter ich find's süß ist aber mehrere so ne äh ähm ne Mischung aus ner Katze und ner Löwen aber Löwen sind ja auch gut oder Katze und ja wenn ich mal schwer behaupten ist das ganz toll ist okay ja das ist komplett von mir abgeguckt nur ein Scheiße deswegen kriegt es ein ist okay nice der furzt sogar der scheiß nein das kriegt ein gut das kriegt ein gut ne ist okay keine Ahnung was hab ich jetzt hier geben was gewinnt jetzt die lege die die reink nein einfach tief neben hier hätten wir noch den ista ein bisschen besser machen sollen aber der Rest war eigentlich nicht gut dann würde ich sagen, wir haben zu euch gefahren, wir haben zu euch gefahren, wir haben noch mal hochgelassen. Abo oder wenn es noch nicht getan hat und bis zum nächsten Mal. Abonniert Framlex, weil er bringt zwar keine Videos, aber trotzdem abonniert den, wenn er ein Abo geil ist und so. Und Todex, der versucht jetzt auch mal irgendwann wieder Videos zu machen. Und das war's. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 My mother told me that the world just got its plans I want to hold them till they burn like you're my hands